war, als erklärte man, die Sonne werde im Osten aufgehen. Eldon nahm keines der Anzeichen wahr, was nicht gänzlich unerwartet kam. Das Medizinstudium war so angelegt, dass es ein nicht auf das echte Leben vorbereitete. Man verbrachte das erste Jahr damit, zu lernen, wie die Körpersysteme funktionierten. Studienjahr 2 widmete sich dem Verständnis dafür, wie diese Systeme aus der Bahn geraten konnten. Im dritten Jahr bekam man dann Patienten zu sehen, aber nur unter strenger und häufig unnötig sadistischer Aufsicht. Im vierten Studienjahr war schließlich das Matching-Programm angesagt. Das wie der schlimmste Schönheitswettbewerb aller Zeiten war und wo man gespannt darauf wartete, ob man seine Assistenzarztzeit in einer prestigeträchtigen großen Einrichtung oder im Äquivalent einer Tierklinik in einer abgeschiedenen ländlichen Gegend absolvieren würde. Eldon war es gelungen, als Assistenzarzt am Grady Memorial Hospital unterzukommen, Atlantas einzigem öffentlichen Krankenhaus und einem der geschäftigsten Level-1-Trauma-Zentren des Landes. Er lief unter Praktikant, weil er noch im ersten Jahr seiner Assistenzzeit war. Bedauerlicherweise hielt ihn das nicht davon ab zu glauben, er wüsste schon alles. Sarah sah ihm an, dass er gedanklich bereits abgedriftet war, als er sich über den Arm des Patienten beugte und die Umgebung der Wunde zu betäuben begann. Eldon dachte wahrscheinlich an das Abendessen oder an ein Mädchen, dass er anrufen wollte, oder vielleicht berechnete er die Zinsen für seine vielen Studiendarlehen, die ungefähr dem Wert eines Einfamilienhauses entsprachen. Sarah fing den Blick der Oberschwester auf. Jonah beobachtete Eldon ebenfalls. Aber wie alle Schwestern zu allen Zeiten würde sie es den Nachwuchsdoktor auf die harte Tour lernen lassen. Es dauerte nicht lange. Der Patient beugte sich ruckartig vor und öffnete den Mund. »Elden«, rief Sarah, aber es war zu spät. Erbrochenes spritzte wie aus einem Feuerwehrschlauch über Eldons Rücken. Er taumelte und war einen Moment wie schockstarr, ehe er trocken zu würgen begann. Sarah blieb auf ihrem Sessel in der Schwesternstation sitzen, während der Patient mit einem Ausdruck vorübergehender Erleichterung auf das Bett zurück sank. Jonah zog Eldon beiseite und hielt ihm eine Standpauke, als wäre er ein kleiner Junge. Seine gequälte Mine war Sarah vertraut. Sie hatte ebenfalls ihre Assistenzzeit im Grady verbracht und ähnliche Standpauken über sich ergehen lassen müssen. Niemand warnte einen im Medizinstudium vor, dass man genau so lernte ein richtiger Arzt. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.